Musik Hallo, ich bin Dominik. Und ich bin die Tara. Und wir sind hier auf dieser Plattform, weil wir Ivan ein neues Zuhause ermöglichen möchten. Und dafür brauchen wir genau dich. Ivan ist mein Onkel, 56 Jahre alt, lebt in Kroatien und ist Kriegsveteran. Er lebt seit 30 Jahren in einem Abbruchhaus ohne fliessend Wasser, WC, Dusche oder Heizung. Das Einzige, was Ivan besaß, ist ein kleines Stück ein Land, das er nun Dominik geschenkt hat. Und genau auf diesem Stück Land wollen wir ihm ein neues Zuhause errichten. Da ich Handwerker bin und um Kosten zu sparen, möchten wir das Haus selber bauen. Die Hausplanung haben wir selbst entworfen und sind dabei, die Bewilligungen einzuholen. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns bei diesem Projekt unterstützen würdest. Denn das Projekt liegt uns sehr am Herzen. Denn Ivan ist ein herzensguter Mensch und hilft jedem, wo er nur kann. Und nun ist es Zeit, dass wir ihn unterstützen. Wir danken für jede kleine Spende.